So Freunde, ein Set konnte ich unter den ganzen Sets auf jeden Fall finden. Ein 1181-Plus-Pack habe ich hier auf dem Account also doch noch gemacht. Hier ist es am Start und wir öffnen es in 3, 2, 1, let's go! Es ist ein Team of the Season! Neuer! Ist da noch einer hinter? Oh, leider nicht. Es ist schick, aber neuer Team of the Week, also heute Team of the Week-Tag. Freunde, wir haben zumindest neuer, ist es nur der Torhüter, schade. Aber ich würde sagen, damit ist es auf jeden Fall ein wunderschönes Ende dieses Freitags-Videos zum Bundesliga-Team of the Season. Lasst mich gerne wissen, ob ihr schon ein Team of the Season ziehen konntet vom Bundesliga-Team of the Season. Schreibt mir das rein in die Kommentare, lasst uns die 100 Kommentare gerne voll machen. Dankeschön, wenn ihr bis zum Ende geschaut habt. Fertig an euch da auf jeden Fall. Und wir sehen uns dann morgen beim frischen neuen 19 Uhr-Content hier auf dem Kanal wieder. Also gerne die Glocke aktivieren und ja, damit euch einen entspannten Abend. Ciao, Leute!